Direkt ins Gesicht, okay? Einer Pit Ui, minus 46, einer lang glaube ich hinter der Aber hallo, aber bei uns ist das irgendwie so vorbeigezogen So, jetzt gibt's aufs Maul Ja, egal, hauptsache irgendwie umbrezeln, Shell oder nicht Ich guck mal kurz selbst hoch, aber nichts zu sehen Okay, dann geh ich Apps vor Ich kann hier flashen, wenn du willst Aber den hattest du auch nicht gekriegt Ja, ich hab jetzt auch eine Woche noch gespielt, gell? Ja, pfff, geht mir genauso Ich mach mal, bitte 50 Der push, der push Ich bin blind Hm, direkt ins Gesicht, okay? Lass mal lang pushen Ich flash dir Ja Der schub an oder was macht Oh, der ist der los, der kommt Der kommt Der richtige Lackschel Ich war so weiser, Alter Pit Er, der push Ja Den ersten hab ich richtig umgelackt Der war so, wow Hahaha Ah, jetzt Was? Scheiß, nein Der war mal krief Hä, ich sehe ihn nicht Oh, hast du so Arschbrett Ich hab mir nicht gesehen, wo ich schon die ersten Hits von ihm bekommen hab Boah, olle Hahaha Ah, das war low Äh, letzte Runde, oder? Ja, wir müssen halt eigentlich zusammenspielen Ja Ja Auf jeden Fall City Map Ja 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 Nice Nice Haha Pfff, nur noch, äh, 5 Wunden, ne? Dann haben wir ja unentschieden Easy Smoke Deploying Flashbang Grenade Oh Oh, lol Ah ja, ist selbst Ja Ich hab die voll, die Nades in sich geworfen Ja, Mann Hahaha Erbs durch wieder Flashbang Nix zu sehen hier Doch Einer Cool Throwing Smoke Du bist selbst durch Ja Ja Genau, boiler Okay Topmatch jetzt, boiler Short Fortbomb Alter der Wixer, ey, der hat mich voll verarscht Hehehe Short shot Nice Easy City Map Okay Ja, also Denken die sich jetzt auch gerade, ey Hat man nur Apps gerade Ja, einer Apps, glaub ich Ja Da ist ein Zehnt von einer Warte, ich, ich flash mal Side Falsch Falsch Eingesehen Shot Short shot Okay Flash verboten Ach Ich hab 93, zwei Wollen wir gegen pushen mit irgendwelchen P90 oder so? Ja Flash einmal tief Flushbine Flushbine Hehehe Ein HP, hab ich noch Richtige Silvertactics Ja Hop Abgesmucked Flushbine Noch, jetzt schon? Ja, ich schleiche ihn von hinten. Schön. Hochsilbertaktiken eben, ne? Jo, jetzt habe ich meinen Rang wieder. Wahrscheinlich LE oder so. Anne Suprema.